Utopia 2048. Eine Zeitreise in eine lebenswerte und liebenswerte Zukunft. Aufgeschrieben von Lino Alexander Zedis. Er ist 1990 geboren, also 32 Jahre alt. Er brach ein Volkswirtschaftsstudium ab, weil es ihm sinnlos erschien, also ganz ohne Antworten auf die drängenden Menschheitsfragen. Und nun arbeitet er für das Netzwerk Plurale Ökonomik sowie als Coach in Initiativen für eine Geldreform und für eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Und er dachte sich, es gibt so viele gute Ideen und Konzepte, die will ich in einem utopischen Roman einfach mal Wirklichkeit werden lassen. Und dafür dachte er sich folgendem Plot aus. Zwei Personen lassen sich in unserer Zeit, also 2020, einfrieren, um sich 2048 wieder auftauen zu lassen. Gespannt, was sich geändert hat. Es sind Lena, die mal Menschenrechtsaktivistin war und all die Frustrationen vergeblicher Bemühungen nicht mehr ausgehalten hat und die Flucht antrat ins Einfrieren lassen. Und die zweite Person ist Yannis, der 2020 ein überzeugter Neoliberaler war und sich einfach aus Neugierde einfrieren ließ, um zu erfahren, wie es wohl weitergeht mit der freien Marktwirtschaft. Und nun, 2048, werden sie also wieder aufgetaut und erleben staunend eine neue, gewandelte Welt. Und wir lesen nun einige Passagen dieser Zeitreise vor. Lena meldet sich per Videochat bei ihrer alten Freundin Katharina zurück. Lena schaute ihre Freundin an und lächelte. Es ist wirklich schön, dich zu sehen. Katharina nickte liebevoll. Du hast mir gefehlt all die Jahre. Ja, es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Du hast viel verpasst, Lena. Es gibt so viel zu erzählen. Ich erinnere mich, wie düster und hoffnungslos dir unsere Welt früher erschien. Der Klimawandel, die Geflüchteten, das Artensterben. Verrückte Zeiten waren das. Wir fuhren auf den Abgrund zu und traten dabei voll aufs Gaspedal. Ja, und dieser Wahnsinn wurde uns als Fortschritt verkauft. Lena machte ein grimmiges Gesicht. Wie steht es denn zur Zeit um die Welt? Katharina nahm noch einen Schluck aus ihrer Kokosnuss und legte den Kopf nachdenklich zur Seite. Wo fange ich an? Sie schaute Lena tief in die Augen. Vieles hat sich tatsächlich zum Guten gewandelt. Manche reden sogar von einem neuen Zeitalter der Menschheit. Es scheint, als sei der Klimawandel fürs Erste aufgehalten. Die Meere erholen sich und das Artensterben hat aufgehört. Aber der Weg dahin war ganz schön turbulent. Es gab sehr düstere Tage und einige Opfer. Doch am Ende haben wir es geschafft, das Steuer herumzureißen. Turbulent fand ich es schon, als ich noch da war. Was ist denn passiert? Katharina blickte ernst. Große Teile der Pole und die meisten Gletscher in den Alpen sind geschmolzen. Durch den entsprechend erhöhten Meeresspiegel mussten einige Küstenstädte wie Jakarta und New York teilweise evakuiert werden. Es gab Unwetter, Dürren und Hungerkatastrophen, im kontinentalen Süden und entsprechende Ströme flüchten nach Europa. Das hat unsere Gesellschaft fast zerrissen. Sie atmete einmal tief durch und fuhr fort. Ein Atomreaktor in China ist explodiert. Es gab einen dritten Golfkrieg im Nahen Osten. Ach du Scheiße. Ja, sie schmunzelte. Aber dafür sind Nord- und Kurier wieder vereint. Die Demokratie erlebt eine Renaissance und die meisten Regionen dieser Welt haben den sozial-ökologischen Wandel tatsächlich hingekriegt. Mehrmals stand die Menschheit am Abgrund. Aber es scheint, dass das Leben am Ende immer einen Weg findet. Lena schaute ihre Freundin neugierig an. Sie spürte eine vorsichtige Hoffnung in ihrer Brust aufsteigen, dass vielleicht endlich alles gut werden würde. Katharina blickte ihr nachdenklich in die Augen. Die Welt hat sich sehr verändert, Lena. Aber ich glaube, du wirst sie mögen. Lena und Jannis werden betreut von Damian, der sie sanft in die Welt zurückführt. In die Welt von 2048. Es ist ein tiefer Wandel geglückt, wirtschaftlich, menschlich, ökologisch. Weg zum Beispiel vom rasenden Wachstumszwang. Damian erklärt ihnen den wirtschaftlichen Wandel. Die meisten Länder sind in eine Postwachstumsökonomie übergegangen. Weiteres Wachstum hätte den Planeten sonst in den Abgrund getrieben. Bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt ist Deutschland zeitweise sogar geschrumpft. Er tippte auf ein Gerät an seinem Handgelenk und dieses fuhr daraufhin ein Display aus, das die Entwicklung der Wirtschaftsleistung verschiedener europäischer Länder darstellte. Es zeigte für die meisten Staaten langsam abflachendes Wachstum bis in die 2020er und danach unregelmäßige Schwankungen. Materielles Wachstum gab es nur noch in den Regionen, die Aufholbedarf hatten, also in Afrika, Indien, teilweise in Südamerika. Das Ende vom Wachstum hat dem guten Leben aber keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil. Das Finanzsystem wurde grundlegend reformiert und es wurde viel umverteilt. Das Geld wurde aber nicht abgeschafft. Den Euro gibt es übrigens auch noch, zumindest in Nordeuropa. Aber die Wirtschaft und die Unternehmen sind jetzt sehr viel demokratischer. Das gegenwärtige Wirtschaftssystem in Deutschland wird als solidarische Marktwirtschaft bezeichnet. Eine freie Marktwirtschaft, sag ich doch. Jannis nickte zufrieden. Damals wie heute das ideale System. Damian hakte ein. Eure Definition von Kapitalismus und Marktwirtschaft scheinen mir etwas unglücklich. Das System eurer Zeit wird heutzutage jedenfalls nicht mehr als freie Marktwirtschaft bezeichnet. Wie meinst du das? Jannis blickte verwundert. Freie Marktwirtschaft ist doch schon ein Widerspruch in sich, rief Lena. Damian ergänzte, das System eurer Zeit war ja eher eine Machtwirtschaft als eine Marktwirtschaft. Die meisten Konzerne haben Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit und der Mitwelt eingefahren und kaum Steuern bezahlt. Heerscharen von Lobbyisten haben die Gesetze mitgeschrieben. Freihandelsabkommen und Technokraten haben die Demokratie ausgehebelt und die Banken durften das Geld schöpfen. Für die meisten Menschen war das kein fairer und freier Rahmen. Neoliberaler Finanzkapitalismus, rief Lena mit vollem Mund. Sag ich doch. Damian zuckte mit den Schultern. Wir haben jetzt jedenfalls eine solidarische, demokratische und freie Marktwirtschaft, die diesen Namen verdient. Das heißt, fragte Jannis skeptisch. Damian suchte für einen Moment die richtigen Worte. Die Wirtschaft dient der würdevollen Entfaltung aller Menschen und Lebewesen. Mitbestimmung und Basisdemokratie durchziehen alle gesellschaftlichen Strukturen und Unternehmen. Freiheit und Solidarität mit Mensch und Natur sind dabei die leitenden Prinzipien. So ist das also jetzt mit der Wirtschaft in Utopia 2048 in dem inspirierenden Roman von Lino Alexander Zedis. Er denkt die Dinge im Rückblick auf unsere Zeit mit großem Kopfschütteln. Wieso sollte Wirtschaftswachstum ein Zwang sein? Ein Naturgesetz fast. Wie verrückt, dass man gar nicht daran denken durfte oder darüber sprechen durfte, dass manches auch schrumpfen sollte, schrumpfen könnte. Die Autokonzerne mussten sich natürlich gesund schrumpfen. Aber es werden immer noch Busse, Taxis und natürlich die vielen Drohnen gebaut. VW ist einer der größten Drohnenhersteller weltweit. Mittlerweile wäre es angebracht, VW in VD umzubenennen. Volksdrohne. Janis musste schmunzeln. Er biss in eine Teigtasche und schaute ernster. Du hast mehrfach von Arbeitsplätzen erzählt, die weggefallen sind. Hat das nicht zu Problemen geführt? Nein, wieso? Ist doch gut, wenn monotone Fließbandarbeit und eintönige Tätigkeiten durch Roboter und Drohnen automatisiert werden. Dann können die Menschen interessanteren Beschäftigungen nachgehen. Janis wirkte irritiert. Aber gute Arbeit fällt doch nicht vom Himmel. Doch? Damian musste kurz auflachen. Es gibt immer genügend Aufgaben in der Gesellschaft. Mensch kann schöne Gärten pflanzen, Kunst und Handwerk erschaffen, Städte verschönern, Dinge reparieren und unendlich viel Zeit mit Kindern verbringen. Janis schüttelte leicht verärgert den Kopf. Aber man kann einen Autoschrauber doch nicht ohne weiteres zum Kindergärtner umschulen. Warum nicht? Wem das nicht liegt, der geht zur Berufungsbehörde und lässt sich dort beraten und coachen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in der Gesellschaft sinnvoll einzubringen, etwas beiläufiger fügte er hinzu. Übrigens reden wir heute von Berufen statt von Arbeit. Arbeit klingt so schwer und unangenehm. Lena sprang grinsend dazwischen. Ich habe mal einen Vortrag von einem Professor gehört, Friedhoff Bergmann, der hat gesagt, Arbeit sei im Kapitalismus wie eine milde Krankheit. Damian lachte laut auf und auch Janis musste schmunzeln. Er fing sich jedoch schnell wieder und blickte Damian fragend an. Wie steht es mittlerweile um die statistische Arbeitslosigkeit? Damian schmunzelte. Ich finde, Arbeitslosigkeit ist ein komisches Konzept. Aber gut, schauen wir mal. Er blickte konzentriert auf sein Armband. Dann schüttelte er den Kopf. Eine Statistik zur Arbeitslosigkeit scheint seit 2038 nicht mehr erhoben zu werden. Es gibt allerlei Statistiken über geleistete Stunden in den verschiedenen Branchen, über die Einkommensverteilung und darüber, wie die Menschen ihre Zeit verbringen. Aber es gibt keine aktuelle Arbeitslosigkeitsstatistik. Er blickte auf sein Gerät und fing plötzlich an zu grinsen. Hier steht als Begründung, dass es für das Konzept von Arbeitslosigkeit keine sinnvolle Definition mehr gibt. Der fiktive Roman Utopia enthält viele Elemente der sogenannten Gemeinwohlwirtschaft. Was den Vater der Bewegung, Christian Felber, sehr freut. Er sagt zu dem Roman Lino Zedis ist in meisterhafter Form gelungen, das Mosaik der Zukunft aus realistischen Puzzlesteinen zusammenzufügen. Das beschriebene Utopia ist so überzeugend und kommt so passgenau zur rechten Zeit, dass es gar nicht anders kann, als Realität zu werden. Hören wir mal, wie dort eine sogenannte GWÖ, Gemeinwohl Ökonomiebilanz, zu einem Standard wurde. Gemessen in einer Matrix, also einer Art Auflistung, der wirtschaftlichen Leistung in Kriterien wie Ökologie, Gerechtigkeit und Mitbestimmung. Damian, der Reiseführer, erklärte sich Lena und Janis den wieder aufgetauten Neuankömmlingen. Ich zeige euch mal die aktuelle Gemeinwohlmatrix. Er klappte das Display an seinem Armband aus und zeigte ihnen eine Tabelle mit den verschiedenen Bilanzierungskriterien der Gemeinwohlmatrix. Lena beäugte sie neugierig. Interessant, das ist wirklich umfassend, was da gemessen wird. Damian nickte. Das Messen allein ist oft ein erster Schritt, um Verbesserungspotenziale aufzudecken und Veränderungen anzuregen. Außerdem fördert der Staat Betriebe mit guter Gemeinwohlbilanz durch Steuererleichterungen und die Bevorzugung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Und wer legt diese Kriterien fest? Die Kriterien werden demokratisch erarbeitet und entwickeln sich Jahr für Jahr mit den Erkenntnissen aus der Praxis weiter. Aber diese Bilanzierungsregeln müssen doch gerade für kleine Unternehmen extrem aufwendig und teuer sein. Für kleine Unternehmen gibt es deutlich vereinfachte Regeln. Je größer das Unternehmen, desto umfassender die Pflichten. Gemeinwohlpflichten. Eigentlich ist das, was da utopisch klingt, ja in vielen Verfassungen verankert, zum Beispiel in der Bayerischen. Da heißt es wörtlich, die wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. In Utopia 2048 sind überhaupt Ideen verwirklicht, die es schon längst gibt. Sie werden nur mutig umgesetzt. Lena und Janis, die sich in unserer Zeit hatten einfrieren lassen, um 2048 wieder zu erwachen, reisen nun also durch dieses gewandelte Land. Technik wird dort gerne im Dienste menschlicher Ziele angewendet und weiterentwickelt, aber auch die Psychologie. Man geht in Utopia nicht zum Therapeuten, um seine Wut individuell zu bearbeiten, sondern man nutzt sie aktiv, kreativ und sogar politisch, wenn es nötig ist. Wut gibt einem die Energie, aus ungesunden Situationen auszubrechen, zu sich zu stehen und Nein zu sagen. Janis lachte auf. Ich musste gerade an ein Zitat denken. Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Damian grinste breit. Dieser Satz zergeht einem ja geradezu auf der Zunge. Lena schaute skeptisch. Das klingt ja schön und gut, aber ich weiß nicht. Das ist mir eine zu optimistische Sicht auf Wut und Streit. Nun ja, Wut ist nur ein Werkzeug, genau wie ein Messer, mit dem du Karotten schneiden oder jemanden erstechen kannst. Ich würde fast so weit gehen, zu behaupten, dass eine Gesellschaft mit einer konstruktiven und intensiven Beziehung zur Wut eine Gesellschaft ohne Gewalt und Krieg ist. Weiseführer Damian erzählt ein Beispiel. Vor einigen Jahren gab es ein paar interessante öffentliche Aktionen zu Wut. In London war eine Gruppe am Werk, die regelmäßig Wutprozesse vor den Gebäuden irgendwelcher Großkonzerne gemacht hat. Was für Wutprozesse? fragte Janis skeptisch. Moment! Damian hantierte an seinem Armband und fuhr den Bildschirm aus, auf dem er ein Video abspielte. Zu sehen war der Eingang zu einem großen Gebäude. Die Kamera schwenkte nach oben und brachte einen eindrucksvollen Bankturm aus Glas und Stahl zum Vorschein. Das Bild schwenkte wieder nach unten zu einer Gruppe, die vor dem Gebäude stand und auf den Eingangsbereich blickte. Zwei Personen traten hervor und legten ein großes weißes Banner auf den Boden. Shame on you stand darauf. Weitere Personen beklebten den Eingangsbereich mit gelb-schwarzem Absperrband mit der Inschrift Crime Scene. Dann brachten sich Dreiergruppen in Stellung, bei denen jeweils ein Sohn von zwei anderen an den Armen eingehakt wurde. Eine Weile starrten die so festgehaltenen mit entschlossenem ernstem Blick auf den Eingangsbereich der Bank. Lena wollte Damian fragen, was das zu bedeuten habe, als im Video plötzlich jemand einen großen Gong anschlug. Augenblicklich fingen die festgehaltenen Personen an zu brüllen und zu toben. Ein dicklicher älterer Mann schrie am lautesten. You thieves! I know all your crimes! Shame on you! Dabei tobte er wie ein wütender Stier und die beiden Personen an seiner Seite hatten sichtlich Mühe, ihn festzuhalten. Die Stimmen der anderen waren in dem Tumult kaum zu verstehen. Nur ab und zu ließen sich wütende Worte wie Fuck off oder Bloody Bastards vernehmen. Das Geschehen kreierte eine surreale Atmosphäre. Eine unglaubliche Energie lag in der Luft. Passanten blieben stehen und schauten dem Treiben bestürzt zu. Was für ein Spektakel, dachte Lena. Zwei Security-Männer stürmten aus dem Gebäude und blieben vor den Brüllenden wie angewurzelt stehen. Sie schienen mit der Situation offnungslos überfordert. Dann ertönte wieder der Gong und das Spektakel hörte so plötzlich auf, wie es begonnen hatte. Noch eine Weile blieben die Dreiergruppen stehen. Heftig atmend stierten die Wütenden weiter auf das Gebäude. Dann ertönte wieder der Gong und die Grüppchen lösten sich voneinander. Dann war das Video zu Ende. Janis schaute leicht entsetzt. Abgefahren entfuhr es Lena. Ja, oder, sagte Damian begeistert. Die Gruppe hat eine Zeit lang regelmäßig ähnliche Aktionen vor vielen Hauptquartieren diverse Großkonzerne und Banken gemacht. Das hat überall auf der Welt Nachahmung gefunden. Der Elektronikkonzern Pineapple wurde nach einem Skandal zu den Arbeitsbedingungen seiner Zulieferer in Asien einmal hart aufs Korn genommen. Es gab weltweit vor Pineapple Stores entsprechende Wutprozesse. Der Hashtag dazu war Raging Pineapple. Das ging groß durch die Medien und hat dem Konzern massiv geschadet. Und zur Veränderung gezwungen. Soweit zur Nutzung von der ganz speziellen Energie, der Wut. In Utopia gibt es auch andere psychologische und auch spirituelle Selbstverständlichkeiten. Der Roman spricht die spirituell interessierten Menschen sicher besonders an. Es wird viel meditiert. Es gibt Achtsamkeitsübungen und Heilsames für all die erlittenen Traumata aus den Krisenjahren, die ja dann überwunden wurden. 2048 in Utopia. Mich persönlich hat besonders interessiert, was der Autor zu den internationalen Entwicklungen schreibt. Welchen Fortgang es genommen hat mit den Vereinten Nationen zum Beispiel und mit der NATO. Der Roman entstand 2020, also vor dem Ukraine-Krieg, nimmt aber interessante Entwicklungen gedanklich vorweg. Was zum Beispiel eine kooperative Weltordnung betrifft, ohne Großmachtansprüche. Vor allem Indien hat dabei eine positive Führungsrolle übernommen. Die Devise lautete, dass nie wieder ein einzelner Staat eine solche Vorherrschaft erlangen darf und gemeinsam für Frieden, Demilitarisierung und Abrüstung eingetreten werden muss. Und das hat dann funktioniert? Leicht war das natürlich nicht, aber es ging um sehr, sehr viel. Da haben sich einige aus der Politik wirklich ins Zeug gelegt. Und was ist aus der NATO geworden? Die NATO wurde aufgelöst. Einfach aufgelöst? Ja, aber dafür kam etwas Neues. Und international wurde die Global Alliance for Eternal Peace geschaffen. Während sie das sagte, machte sie mit den Armen eine bedeutungsvolle Geste. Die Alliance ist ein Friedensbündnis, das diesen Namen verdient. Die Mitglieder verpflichten sich, die Entscheidungen des Weltparlaments zu respektieren, abzurüsten und Frieden, Demokratie und Menschenrechte zu fördern. Im Gegenzug bekommen sie bei einem Angriff durch ein fremdes Land militärischen Beistand durch alle anderen Bündnispartner. Außerdem werden von allen Mitgliedern jegliche Handelsbeziehungen mit dem Aggressor eingestellt. Das allein kann ordentlich Druck erzeugen. Und bei diesem Bündnis sind viele Länder dabei? Ja, die allermeisten. Sogar Russland ist mittlerweile beigetreten und hat massiv abgerüstet. Kam es denn schon mal zu einem entsprechenden Verteidigungsfall? Es gab einmal einen Vorfall im Jemen. Es kam heraus, dass Saudi-Arabien militärische Spezialeinheiten in das Land geschleust hatte, um dort Unruhen anzuzetteln und die politische Führung zu destabilisieren. Als das an die Öffentlichkeit sickerte, trat der Verteidigungsfall ein und tatsächlich haben fast alle Mitglieder der Global Alliance ihren Handeln mit Saudi-Arabien unverzüglich eingestellt und Jemen militärische Unterstützung angeboten. Innerhalb einer Woche waren die Menschen in Saudi-Arabien wegen der Lieferengpässe in Supermärkten und Geschäften auf den Barrikaden. Die politische Führung hat sich dann sehr schnell offiziell beim Jemen entschuldigt und sogar Entschädigungszahlungen bewilligt. Sonst wäre am Ende wohl das eigene Regime gestürzt worden. Sie atmete tief durch. Seitdem hat kein Land mehr etwas Ähnliches gewagt. Lena seufzte. Ich bin richtig positiv berührt, das zu hören. Das klingt nach einer ganz anderen Welt, als ich sie kenne. Die Politik war früher unglaublich kurzsichtig. Katharina nickte traurig. Aber wir sitzen alle im gleichen Boot und kein Land kann auf Dauerwohlstand auf Kosten anderer Länder erlangen. Früher oder später fällt alles zurück und durch Frieden gewinnen alle. Ja, das stimmt, was sich allein mit den eingesparten Militärausgaben alles anfangen lässt. Es gibt übrigens noch ein anderes sehr spannendes Projekt namens Earthland, um die Menschheit zu vereinen. Der Gedanke ist, dass die Erde allen Menschen gehören sollte und der Besitz an Boden und Ressourcen daher kollektiviert gehört. Um das schrittweise umzusetzen, kann jeder Mensch sich auf der Earthland-Plattform als World Citizen elektronisch registrieren lassen, den eigenen Bodenbesitz an die Plattform übertragen und diese Entwicklung damit unterstützen. Lena hob eine Augenbraue. Erzähl mir mehr. Da haben einige sich ein sehr cleveres System ausgedacht. Das Ziel ist, dass es irgendwann keinen privaten Landbesitz mehr gibt und stattdessen alle Einnahmen aus Bodenpachten in einen globalen Fonds fließen. Dieses Geld wird an alle World Citizens gleichermaßen ausgeschüttet. Das heißt, wenn ein Bauer in Europa für seinen Ackerpacht bezahlt, fließt das Geld in den Fonds und weiter zu einer Näherin in Kenia? Ganz genau. Beziehungsweise zu etwa einem neun Milliardstel zu der Näherin und der Rest entsprechend zu allen anderen Menschen. Das mit dem Projekt Earthland, also die eine Welt für alle, und das mit dem Weltbürgertum, den World Citizens, gefällt mir persönlich am besten. Der Autor von Gefällt mir persönlich besonders gut. Der Autor von Utopia 2048, Lino Alexander Zedis, greift Ideen auf, auf den... Ich mach den ganzen Satz nochmal. Okay. Das mit dem Projekt Earthland, die eine Erde für alle, und das mit dem Weltbürgertum, den World Citizens, gefällt mir persönlich besonders gut. Der Autor von Utopia 2048, Lino Alexander Zedis, greift Ideen auf, an denen schon lange fruchtbar gearbeitet wird und die nur leider von herrschenden Interessen in hinterste Schubladen gequetscht und dort auch möglichst verschlossen gehalten werden. Die Links am Ende der Sendung verweisen auf solche Konzepte. Ja, eine grundlegende Frage ist ja immer, wie man Demokratie lebendig gestaltet und wie man auf dem Weg einer umfassenden Mitbestimmung alle mitnimmt und auch bei Laune hält. Mit Visionen, die einerseits groß sind, begeistern, aber andererseits auch ganz lebensnah sind. Lena hatte sich 2020 ja einfrieren lassen, weil sie so verzweifelte an Vergeblichkeit und scheinbarer Ausweglosigkeit. Nun staunt sie darüber, dass es doch gelungen ist, der Kraftakt einer tiefen Transformation. Nächstes Zitat. Der Kern war die internationale Kampagne, hör auf, die Raupe zu füttern. Das war sehr machtvoll. Lena lachte. Das klingt witzig. Meine Fantasie legt schon los. Ich zeig's dir mal. Katharina startete auf ihrem Armband ein Video. Zu sehen war eine schlicht, aber liebevoll animierte Raupe, die sich durch die Blätter eines kleinen Baumes fraß. Sie wurde dabei immer dicker und größer, bis sie schließlich den ganzen Baum zerkaute und auffraß. Während die Raupe immer mehr fraß und immer weiter wuchs, zoomte das Bild langsam heraus. Die Raupe verschlang den ganzen Wald, dann große Städte und riesige Landstriche. Schließlich war sie riesengroß auf dem blauen Erdball zu sehen, den sie auch zu vertilgen begann. Eine Stimme erklang. Das gegenwärtige Wirtschaftssystem hat unsere Ressourcen genug ausgebeutet. Es ist Zeit für die kollektive Entwicklung zum Schmetterling und zu einer symbiotischen Beziehung mit unserer Umwelt. Daraufhin verpuppte sich die Raupe und verwandelte sich kurz darauf in einen bunten Schmetterling. Dieser flog umher und bestäubte allerlei Blumen und erfreute mit seiner Schönheit einige Rehe und Hasen. Dieser Wandel braucht deine Hilfe. Mit deinen täglichen Entscheidungen bestimmst du, ob du die Raupe oder den Schmetterling fütterst. Wofür gibst du dein Geld aus und wo kaufst du ein? Wo ist dein Geld angelegt? Welchem Unternehmen gibst du deine Energie und Kreativität? Wie verbringst du deine Zeit? Bunte Bilder wurden eingeblendet, welche die unterschiedlichen Möglichkeiten demonstrierten. Großkonzerne neben kleinen bunten Marktständen, ein großer Flachbildfernseher neben einer am Lagerfeuer singenden Gruppe. Monokulturen neben bunten Feldern voller Vögel und Insekten. Ein dicker SUV neben einem pfeifenden Radfahrer. Eine hektisch in einem Hamsterrad laufende Geschäftsfrau neben einem zufriedenen Gärtner. Dann erschienen großen Buchstaben, hör auf die Raupe zu füttern. Um den Text herum fuhren stinkende Autos inmitten von lauter Elektroschrott. Werte Teil der Schmetterlingsökonomie. Schmetterlingsökonomie, das ist für mich persönlich ein eher fremder Begriff. Er entstammt einer Szene, der ich als linker Globalisierungskritikerin eher nicht angehöre. Ich habe auch in dem Roman die ganz normale Welt der heutigen Arbeitnehmer eher vermisst, die ganz normale Arbeitswelt. Auch beim Thema Schule und Bildung bemerkt man das sehr alternative Milieu. Der Autor Lino Alexander Zettis favorisiert freie Schulen und entfernt sich sehr weit vom öffentlichen Schulwesen, dem unser heutiges Bildungssystem entstammt. Sarah führte sie die holzerne Treppe hinauf, wo mehrere Räume von einem langen Flur abgingen. Die anderen Kinder folgten ihnen in einer kleinen Traube. Hier haben wir die Projekt- und Themenräume. Sie deutete nacheinander auf die Türen. Hier sind Mathematik und Physik. Dort ist Biologie. Da drüben ist Großgeschichte. Johannes unterbrach sie. Großgeschichte, was ist das denn? Der kleine rothaarige Junge antwortete ihm, Großgeschichte umfasst alles vom Urknall bis zur Entstehung der Menschen und der ganzen Kultur und so. Das ist ja ambitioniert. Johannes mischte sich ein. Großgeschichte ist weniger fokussiert auf Nationen und einzelne Kriege, sondern auf Muster im Gesamtbild und die Rolle des Menschen im Universum. Die Perspektive ist sehr viel größer als beim Geschichtsunterricht früher. Er deutete auf eine freie Sofa-Ecke. Sollen wir uns setzen? Sie ließen sich in eine bequeme Blaue-Frauch sinken. Die Kinder tummelten sich um sie. Johannes trat an eine kleine Teeküche. Möchtet ihr vielleicht etwas trinken? Gerne, rief Lena. Habt ihr irgendeine Limonade? Ich habe gerade Lust auf etwas Süßes. Hannes machte eine Cremasse. Ich fürchte, Süßgetränke haben wir hier nicht mehr. Die wurden aus der Schule verbannt. Verbannt? Ja, das hat die Schülerschaft entschieden. Wir sind hier soziokratisch organisiert, sodass die Schulkinder bei allem mitbestimmen. Nach einem Projekttag zur Ernährung vor ein paar Jahren gab es eine hitzige Diskussion darüber, was hier getrunken und gegessen werden soll und was nicht. Nach einer sorgfältigen Abwägung aller Argumente wurde am Ende in Einigkeit entschieden, dass es nur noch gesunde Lebensmittel geben soll. Ach was, und das haben die Schüler selbst entschieden? fragte Hannes. Mehrere der Kinder nickten stolz. Hannes schaute lächelnd in die Runde. Ja, wir Lehrkräfte sind teilweise selbst überrascht, wie gewissenhaft die meisten sich in der Schulpolitik einbringen. Manche Regeln würden wir wahrscheinlich sogar lockerer machen, als die jungen Menschen es tun. Viele sagen, dass ihnen Klarheit hilft, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Lena schaute nachdenklich, zog sich eine Tasse heran und schenkte Wasser ein. Sind Freischulen wie diese privat? fragte Hannes. Jein, antwortete Hannes. Die meisten Schulen sind selbst verwaltet und gemeinschaftlich geführt. Das heißt, Eltern, Lehrkräfte und Schülerschaft treffen zusammen die wichtigsten Entscheidungen. Die Kosten werden allerdings zum Großteil vom Staat übernommen und jede Schule bekommt ein festes Budget pro Schulkind. Und gibt es bei euch noch Klausuren, Zeugnisse und Noten? Es gibt diverse Tests, aber traditionelle Zeugnisse mit Noten und Fächern gibt es nicht mehr. So eindimensional bewertet zu werden, wie das früher üblich war, finde ich ehrlich gesagt etwas gruselig. Lena wandte sich an Hannes. Welche Fächer unterrichtet ihr hier in der Schule? Gibt es außer Großgeschichte noch mehr neue Bereiche? Hannes lächelte. Prinzipiell gibt es kaum eine Einschränkung. Außer bei einigen wenigen Kernkompetenzen, die alle erwerben sollen, schaffen wir größtmöglichen Freiraum, damit die Schulkinder ihren eigenen Interessen und Begabungen nachgehen können. Ja, also ein Buch voller Anregungen. Bildungssystem, Landwirtschaft, Finanzwende, Energiewende, viel menschlicher, alles sehr demokratisch und auch sehr viel übernommen von Ideen, die es schon gibt, aber eben nicht umgesetzt gibt. Und auch wirklich sehr viel nachgedacht über internationale Institutionen und Zusammenhänge. Also sehr, sehr segensreich, was Lino, Alexander Zedis, da geleistet hat an dieser Stelle. Ein herziges Dankeschön. Und er hat angeknüpft an den alten Roman Ökotopia, den gab es in den 70er oder 80er Jahren. Da hat er eine ganz ähnliche Konstruktion, dass also ein Reporter in einen Bundesstaat reist, der sich 30 Jahre separiert hat und in diesen 30 Jahren diesen tiefen Wandel geschafft hat. Und Ökotopia war lange Zeit mein Lieblingsbuch und hat jetzt doch eine schöne aktuelle Neuerung erfahren in diesem Buch, Utopia 2048. Ja, viel Spaß beim Lesen. 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 Vielen Dank.